Das ist das, wo gerade Diego und ich, wie Sie gerade angesprochen haben, die ja schon sehr, sehr lange hier sind, sehr, sehr besessen drauf waren, diesen Titel nach Wolfsburg zu holen. Der hat uns noch so ein bisschen gefehlt hier. Ich glaube, das ist das, was die Stadt, die Fans und der Verein auch mal wieder verdient hat, einen Titel zu holen. Unsere Ansprüche sind sehr hoch. Leider war es so, dass wir nach der Meisterschaft den Ansprüchen nicht ganz gerecht wurden. Umso schöner ist es, dass wir jetzt mal wieder einen Titel hier feiern können. Ich glaube, den Auftritt unserer Fans, den kann man nur, das war wirklich Wahnsinn, zum einen, was sie gestern auf die Beine gestellt haben, ja, mit der Choreo, super, super Stimmung gehabt, das ganze Spiel über. Ja, und heute sprechen die Bilder eigentlich genug, da bedarf es, glaube ich, keiner Worte.